Oh, Bargleby, war Wisconsin wirklich so übel? Verneig dich, blöd Mann! Bitte verzeih! Bitte verzeih! Jeder, der nicht tot ist oder einer anderen Ebene der Existenz angehört, sollte seine Ohren zuhalten, und zwar ab jetzt. Was für eine Scheiße... Danke. Ach, es ist immer das selbe. Lass mich los, ich will sehen, was hier abgeht. Was ist denn das für ein beknackter Auftritt? Scheiße, wer bist denn du eigentlich? Scheiße, wieso habt ihr mir den Kopf eingeklemmt? Er hat eine ziemlich große Klappe, nicht? Was ist denn das für eine Scheiße? Das Piano, wieso redet die Braut hier nicht? Ich glaube, dass die Antworten, die du suchst, in den Augen meiner Begleiterin liegen. Was für eine Scheiße geht hier ab? Sind jetzt etwa alle voll durchgeknallt? Und warum ist dem Typ da der Schädel weggeflogen? Ich will jetzt... Wo ist sie gewesen? Eingeschlossen in einem Körper. Bethany hat das rausgefunden. Ganz schön clever, die Kleine. Oh. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Du hast was übersehen. Nun denn, bist du für die Rückkehr bereit, Apostel? Bist du bereit, die Änderungen vorzunehmen, über die wir gesprochen haben? Wir werden sehen, Mose. Da du dich in dieser Sache nicht zurückhalten konntest, bist du herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Zuerst sage ich noch Bethany auf Wiedersehen. Wo ist sie? Oh nein. politische Einzige. Ich bin hier. Vielen Dank.